Verdammt, ja, mein Aufnahme-Dings wollte es nicht, aber jetzt ist egal, hallo! Ja, du blauhaariger Mann, man sieht's immer noch ein bisschen. Ja, hm. Was machen wir heute? Was machen wir? Was machen wir? Ich wollte kurz zeigen, dass wir fleißig waren, und zwar ist der Wehrgang jetzt fertig. Und unser Lager sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Große Kisten, Schilder, ja. Jetzt finde sogar ich was. Ja! Es ist jetzt Jani-tauglich. Genau. Und ich habe in der Zwischenzeit in einem Auto eine Pistole gefunden. Ja. Ja. Geh mal in die Werkstatt, äh, in die Fabrik, geh mal in die Fabrik, geh mal in die Fabrik. Ja, geh. Fabrik! Die, äh, wohin ist da? Ach, in die möchtest du direkt hier? Ja, klar. Okay. Guck mal, da hat's Autos. Ja, du spielst natürlich wieder drüber, ist klar. Ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? Wollte ich nicht so... ...ein wenig Kontenanz. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Oh, eine Sporttasche. Alteisenhandschuhe? Oh! Oh, hier liegen welche. Jo. Die werden nicht wach davon, dass ich das Auto vor deren Nase zerlege. Das finde ich aber cool. Na, irgendwie nicht, ne? Ich habe einen sehr tiefen Schlag... Ah, doch, da steht einer auf. Ich glaube, das war nicht wegen mir. Halbi! Okay, was ist mit dem Sperrcup passiert? Oh, hinter dir, Jan. Neben dir, hinter dir. Ja, ich will was wissen. Entschuldigung. Ich habe da nur die Mod-Reihen mit dem schweren Hammerkopf reingepackt. Ja. Ich mag den Speer. Hast du die Zombies überhaupt getroffen? Ja. Einen habe ich auf jeden Fall kaputt gemacht. Okay. Oh! Soll ich die Sachen, die ich gefunden habe? Ja. Warte. Warte. Ich muss hier nur ganz kurz den Kriecher hier mal kurz... Eine eiserne Feuerraxt. Oh, nice. Stufe 4. Ist das nicht eine Feuerwehr-Axt und keine Feuer-Axt? Da steht... Eisene Feuer-Axt. Okay. So. Ich kann doch wohl noch lesen. Ich bin doch Östdeutscher. Was? Was auch immer das miteinander zu tun hat, Jan. Wir hatten sogar Schulen. Ne, das glaube ich nicht. Wer zuckt hier? Da, in der Tür. Moinsen. Betriebsaufsicht. Woher hier? Ich würde sagen... Ich würde sagen, du stehst mal wieder im Weg. Das kann ich. Oh, besonders gut sogar. Da kümmern sich um das da. Hier kriegt die wieder... Hier liegen zwei. Oh, da ist ein Hund. Oh. Hund ist bäh. Okay. Aua, hau mich nicht. Aua. Böser Helgi. Aua. Der lebt ja immer noch. Aua. Jetzt aber. Du hast nicht genügend Ausdauer. Warum? Mann, Herr. Ich wiederhole. Böser Halbi. Mhm. Hm. Was, was? Oh, hier unten sind doch mal zwei aufgewacht. Ach so, ja. Die soll mal schön hier hochkommen. Haha. Mach es einfach hier wieder den Hausmeister platt. Ja. Guck mal, da liegt noch einer. Was geht ab, für euch? Ah. Was geht ab, für euch denn da unten? Ja, pfff. Ja. Aber hier kommt noch ein Halbi. Den hole ich mir mal kurz. Halbi. Oh, hier bei mir ist auch noch ein Halbi. Das war nix. Das war ja mal nix. Ich mag die Feueraxt. Oh, Medizinkiste. Oh. Hast du die jetzt aufgesammelt? Jan, hinter dir. Oh. Wo kommt die denn her? Ich wollte da reingucken, weil die war nämlich noch unberührt, die Kiste. Die Medikiste. Ich sammle mal den Hund auf fürs Gefrickel. War wenigstens was für dich drin? Nö, da war gar nix drin. Bitte. Hallo. Na, Herr Wartungstechniker? Oh, hoch. Ach, wir, wir waren mal hier um die Ecke fliegt. Was ist mit dir los? Hier ist es ganz schön viel los, ne? Ja. Ich glaube, die Zombie-Apokalips hat die damit was Pause erwischt. Draußen auf dem Hof sind auch noch mal die mitspielen wollen. Hier, bei mir kommen auch noch mal welche. Ich habe hier noch einen Hausmeister. Der hier... Au, 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 au. Oh, Fleisch ist gut. Kann ich mich heilen. Sehr schön. Du bist auch Zement und so noch mitnehmen. Da. Farbe. sein habe ich nicht erlaubt naja noch eine dose bin schon wieder steil überladen solche was abnehmen nee wir sind ja nicht weit weg von zu hause ich glaube draußen geht die luci ab da draußen ist der party so nochmal ausgucken ja ja gleich gut noch ich nehme gerade instrument mit so was gibt es hier noch schön gleiche naja die welt nicht braucht doch klar brauchen wir das ja wir wären jetzt durchaus tatsächlich erst mal ich mir dies lieber ja hopfen und malz verloren und so sehr schön das war ich habe mal den sprung geschafft ich bin erstaunt jan ja so ich glaube dann haben wir hier alles oder das schmerzmittel ich habe den zement noch mitgenommen ja sehr gut das schaut erstmal gut aus nicht ich habe jedoch schmerzmittel hingeschmissen nämlich mit ja dann lass uns mal gehen wir mal ausladen oder ich würde sagen guck was wir hier vor der haustür noch mitspielen will oh eine nötige brille hm wer will denn spielen hallo und da hinten ist einer habe ich ein stein dabei habe ich nicht schade es geht denn hier ab die sommer hierhin kommen na komm die kassion na komm die kassion das ist ein aufgedunsener streuner ich gebe mal ein abo sports wieder her hier ui was bin ich überladen ich muss zurück und essen muss ich auch ja muss ich auch gleich schon wieder ich habe nichts mehr dabei ich kriege ja nicht brennt unser haus nein die schmelze müsste die schmelze sein ja ja und dann hier einmal gegenüber uns ins stromhaus in was für ein stromhaus hier ist es umspannwerk ach so ja ich muss erstmal ausladen sonst kann ich hier gar nichts machen kann auch eine batterie gefunden oder auto batterie so das kommt in die küche halteisen wo aber was habe ich da nicht an munition eisenbrustpanzer ich habe noch einen motor teile so der rest ist glaube ich für die küche habe ich auch schon jetzt an so ich weiß gar nicht mal wo hier was gewesen ist da sind die brote wo hat mir denn die getränke hingetan hat da und das weiß ich nicht habe schon gefunden so oh nein wasser dosen sind da so behalte ich mal nein immer noch der falsche schrank ach komm so und dann habe ich doch mal money zum abgeben okay dann werde ich wieder leer ja warte jetzt habe ich hier noch irgendwie ich muss ich noch kurz mich entleeren so entleeren sie sich so essen essen nördige brille kann ich die noch tragen ja und heute ist blutmond ja und jetzt ist heute blutmond ja wir werden schon überleben irgendwie ich habe ja auch glück und die gehen alle zu daniel du weißt dass jeder seine eigene zombie horde bekommt also daniel hat seine und wir haben unsere naja so nein äh ja da rein hatte ich eigentlich ein level up oh ja hatte ich ja schnapp es da rein was zu essen wo haben wir noch was ich muss jetzt nur ne dose glaube ich mitnehmen hier ja hä du hast doch vorher noch in den schrank geguckt das sagt mir nicht das ist jetzt alles weg nein 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 ja dann nimm dir noch was so das habe ich jetzt mal einstecken äh das so warte das gehe ich noch mal kurz hier rüber und dann können wir wieder raus gehen yes warte gegenüber sagst du war das strom ding mhm ah es könnte das hier sein oh level up hier links das ist das hier wo ich jetzt bin ach wo du jetzt bist ja warte na Tür zu ach das kleine ding hier okay ja ich dachte mal sowas entspanntes na komm aua aua was entspanntes wollte er ja dachte ich gott ich werde hier so ähnlich sterben ich bin infiziert hast du nicht gerade schon infiziert aber da war ich ja gestorben zwischendrin und hier kommt der nächste auch leckt mich doch auf du hast keine aufbauen mehr 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 oh ich bin quasi tot ja 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 sehe ich ja nummer 15 auf meiner liste übrigens ui ja ne ja darauf erstmal ein schlückchen einer eines koffeinhaltigen getränks ja so weiter im text da liegen gleich zwei oder drei rum aber nicht dass wir gleich 20 rumliegen gefühlt oh ja sind da los aber die machen hier richtig Party Party aber wie du siehst ich hab schon gut vorgearbeitet gut was einfaches wollte er perfekt hm leckere teile kann man auseinander nehmen sagst du? ja ich glaube jetzt ist es egal ob wir laut sind ob glaub ich auch oh ist nicht genug lausdauer übrigens du kannst auch diese 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 querdinger mitnehmen hier diese teile hier ja die das gespielt ist das eisen ja 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 aber wir können ja selber geschmiedetes eisen herstellen ich weiß nicht ob sich das lohnt ja doch geht ja doch also dafür halt brauchen wir es halt nicht selber machen ja ist nicht verkehrt oh nein ich bin da oben dran ich bin da oben dran alles nice klebeband in einem vogelnest ok oder war das müll ne war müll die äh vögel fressen heutzutage alles weißt du doch so zombies schmecken halt auf dauer nicht oh jan ja aber hier gehts noch nach unten ja warte ich komme bin da das können wir alles auseinander nehmen hier ne übrigens ja das würde ich dann so nach und nach mal machen was sechser brauchst du sechser alteisenstiefel oh warte lass mich gucken lass mich gucken das weg nimm ich nimmst du äh hier dann gleich mal hier äh tragen oh wow das ist echt ein träumchen ja was gibt es hier unten weiß ich nicht oh hier spawnen auf einmal insgesamt zwei von den viechern danke fürs gespräch hier sind wir gerade quasi aus dem nichts gekommen ui na was hat sie hinten noch bisschen altes geld noch einmal nichts onn hä ja ma oh ich muss schon wieder essen ei ei soll ich bald schon ab und zu sterben nöööööö nosso nöööööö Herrlich. Oh, da oben ist noch Elektro gedöhnt. Gut, dann gehe ich wieder hoch. So, wir bräuchten noch einen so einen Schraubenschlüssel. Dann könnte ich eine Werkbank herstellen. Okay. Ja, noch ein Gebäude durchsuchen. Könnte ich sagen. Also hier wissen wir, dass wir hier looten können. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also hier haben wir auf jeden Fall noch Platz. Ja, wo wollen wir hin? Wollen wir... Ich gucke gerade, was ist denn da mit dem orangenen Gebäude? Hier mit dem kleineren? Ja, dann, let's go. Oh, Kartoffeln. Nice. Moment, waren wir hier nicht schon mal? Nee, waren wir nicht. Ich würde dir gerne folgen, aber im Gegensatz zu dir kann ich die so springen. Vergess das immer. Ach, du Scheiße. Oh, Jan. Ja, ähm. So. Sehen wir, ist das immer für den Blutmond? Ja. Oh, Lootrope. Das ist aber nett. Wo lässt du es fallen, Kollege? Nicht hier in der Nähe. Da hinten irgendwo. Ja. Oh, das ist weit weg. Ja, nee, das lassen wir mal. Oh. Was ist denn hier los? Oh, ich glaube, die war Baden. Mit Klamotten. Das ist Chili darin, hallo? Und Chili, da ziehen sich nie aus. Das wusste ich nicht. Ja, lauf da mal schön rein. Ja. Hinter dir, Jan. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hallo. Aber. Ich weiß, sie sehen lecker aus. Aber nein. Geh weg. Aua. Oh, ich bin schon wieder infiziert. Muss man öfter sterben, zwischen durch, Jan. Und das kann ich, das kann ich, äh, puh, da bin ich gut drin. Das ist einfach, ich gehe mal aufs Dach. Was war das, Vitamine? Das Dach sieht nicht sicher aus. Oh, 4 Stück. Oh, hier unten ist man halbi. Ach, da kommen sie. Ach, da kommen sie. Ach, da kommen sie vom Dach runter. Was war das denn? Diese Dovis. Wieso? Oh, einfach so. Okay. Oh, da sitzt noch einer. Hello. Da steht noch einer. Ah, da dringet aber, glaube ich, auch die Party ab. Ja, da drin ist jetzt, äh... Wollen wir die Tür mal aufmachen gehen? Ich wollte mal erst mal aufs Dach gucken. Oh, warte, hier ist, hier ist mal ein Halbi. Genau, das Dach guckt. I'm hungry again. Da hinten liegt noch eine, aha, Pilze. Hier liegt niemand. Du sagst, der Koch-Töpfe können wir gebrauchen, ne? Äh, boah, ich glaube nicht mehr. Warum wolle ich jetzt auch nicht mit? Da läuft ein Hühnchen. Jan, ich hätte da was für dich. Du kämpfst doch mit einem Speer, ne? Ja. Äh, dann... Gönn dir mal das hier. Oh. Sehr vielen Dank. Ja. Mein Gott, da unten... Ist was los. Die haben Spaß, ne? Ohne uns. Das können wir regeln. Also ich geh mal wieder runter, ne? Gut. Oh, ist die Tür? Da ist die Tür. Oh, guck mal. Die hat, glaube ich, gerade Betriebsparty vom Vertrieb. Ja. Ey, ey, ey. Jungs, 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 Jungs. So haben wir jetzt hier nicht gewettet. Das ist nicht genug Ausdauer. Aua. Na dann. Ich komme sofort wieder. Fetamine. Da gehe ich nach rechts. Oh, noch ein Rucksack. Was habe ich denn für ein Oberteil an? T-Shirt. Hm. Äh, Jan, du benutzt doch im Moment die Armbrust, oder? Ja, die würde ich jetzt... mich da auch mal versuchen mit einzuschießen, ja. Ähm, dann habe ich noch... das hier. Und das hier. Oh, oh, oh. Danke, danke, danke. Das Holz schmeiße ich so weg. Ich hoffe, ich glaube, dass ich irgendwann mal wieder so ein langläufiger kriege. So eine schöne. Oder die AK. Ne, ich warte auf mein Jagdgewehr. Hätte ich auch gerne, aber ich glaube, zwei Leute mit dem Jagdgewehr bringt uns ein wenig weiter. Oh, boah, ich habe 25 Holzrahmenblöcke gefunden. Yay. Ui. Ja. Oh, was geht da unten ab? Irgendwo höre ich hier noch einen. Oh. Oben? Ah, ne, der ist hier unten. Äh, Jan, Jan, geh hoch! Oh! Irgendwann sterbe ich noch wegen dir. Kannst du mir doch nicht einfach den Fluchtweg blockieren? Ich dachte, ich geh so unten weg. Wenn der von unten in den Zombie kommt, ist das ziemlich dumm. Dann geh ich jetzt runter. Ja, dann viel Spaß. Aua! Ey, 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 Jungs. Boah, leck mich doch am Arsch. Scheine auf, meine Bett, ja. Junge, Junge, Junge. Das hat er dann wohl, äh, verkackt. Übrigens. Wir sind bei 35 Minuten. Ähm, ja. Ich geh jetzt auch nach Hause. Es ist doch gerade mal um fünf. Gut, dann mach ich ja erst noch die Zombies platt. Da war ich so so. Peng, 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 peng. Hm? Hm? Ey, ich will an meinen Rucksack. Geh weg. Cheerleader. Du bist hässlich wie die Nacht, Kind. Hör mal. Was denn? Wo klopfen die noch? Unten, glaub ich. Könnte. Ja, ja, da klopft noch einer. Einer? Hier ist doch noch einer. Zombie Cowboys. Und wie geht's hier nochmal nach unten, ne? Ich bin mir nicht sicher. Weil da ist auf jeden Fall noch eine Etage unten dran. Da ist auf jeden Fall noch einer. Ah, hier geht's runter. Nee, doch nicht. Hä? Wie geht denn das hier runter? Wahrscheinlich muss ich hier mit dem... Ich geh mal runter. Und wie geht's hier runter? Oh Gott, hier geht's nochmal nach unten. Oh, hier ist nochmal ne Treppe. Oh Frickel. Oh, Munition. Ja, hab ich auch ein bisschen was gekriegt. Eisenpfeile. Eisenpfeile hab ich, glaube ich, gerade auch nochmal gefunden. Aber ich seh sie nicht. Ach doch, da. Warte. Danke schön. Hier geht's nach oben. Hier geht die Treppe runter, hier an der Seite. Oh, oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf zähle ich. Eins. Ich zähle einen. Zwei. Frickel. 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 Ah, Manu. Alter. Ui. Durchzug? Ah, ein Stückchen nur. Boah, der hat mich wieder auf die Mütze gehauen, der Arsch. Und Blutheft. Na und? Da liegen noch welche. Da liegen noch welche. Wo ist mein Bolzen? Weg. Oh, was ist jetzt schon wieder? Auch hier. Ey, 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 Freundchen. Halbi. Okay, jetzt steht auch noch einer, der ist aber noch am stehen. Oh, ich habe noch eine Feuerachs für dich. Mhm. Ich lege sie dir mal hier hin. Aber warte, ich habe gerade keinen Platz im Inventar und da kommt ein Zombie. Zwei. Aber wir sollten gleich wirklich zurück. Ja, Fein, wir sollten die Folge behelten. Ja. Wir sind Fein bei 41 Minuten. Ja, wir sollten jetzt wirklich nach Hause. Ich meine, es ist doch schon halb acht, ne? Ja. Tschüss. Wo ging es denn hier nach draußen? Hast du gesagt, hier links hinten, ging es irgendwie nach oben? Ja, irgendwo. Ja, hier ist eine Leiter. Ah, sehr gut. Unsere Freunde können es da nicht folgen. Das hoffe ich auch. Och, Halbi. Ich will nach Hause. Aber ich habe keine Ausdauer. Ich habe ja ein besonders schöner Sonnenuntergang hier, so schön rot. Oh, ja, was ist das denn nur? Oh, ich kann es dir nicht sagen. Hm, vielleicht sollten wir mal im Menü, im Spielmanual nachschauen. Das könnten wir tun. Ich denke, jedes Mal unser Haus brennt, ne? Ha, wegen der Schmiede. Ja, guck dir das mal an. Das Gewitter geht schon los. Yay. Ja, aber ich sage, schnell folgen gehen und dann gleich weiter zum nächsten, oder? Gleich direkt Glutmond. Ja, würde ich auch sagen. Bis gleich dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.